Natur, Musik, Meditation mit Liliane Enssler Ich möchte dich einladen zu meinem Klangerlebnis. Dabei führe ich dich zuerst mit dem Atem, zur Entspannung und zum Hinhören einer ganz besonderen Sphärenmusik mit den Obertoninstrumenten, Klangschale und Monochord. Mache es dir bequem, sodass du tief atmen kannst. Spüre, wie beim Einatmen die Luft durch die Nase, durch die Lungen in den Bauchraum einströmt. Und beim Ausatmen verlässt dich alle Anspannung. Beim Einatmen ist Raum und Weite. Beim Ausatmen ist Loslassen und Entspannen. Beim Ausatmen ist Loslassen und Entspannen. Und nun lausche den harmonisierenden Klängen eines Monochordes und Klangschalen. Ausatmen ist Loslassen und Entspannung. Ausatmen ist Loslassen und Entspannung. Mehrere Monochorde klingen in einer Gruppe live gespielt, so schön wie Engelschöre, man kann diese Sphärenharmonie eigentlich nicht beschreiben, man muss es selbst erleben und das kann jeder Interessierte zum Beispiel bei meinen Klangerlebnisabenden oder bei Einzelterminen, denn jeder Mensch kann diese Instrumente mit etwas Gefühl leicht spielen. Untertitelung des ZDF, 2020 Je nach Neigung und Wunsch der Gruppe bringe ich meinen Erfahrungsschatz ein und führe die Teilnehmer zu ihrer eigenen Kreativität. So können wir die eigene Stimme stärken und ertönen lassen oder mit verschiedenen Instrumenten wie Flöte, Geige, Keyboard zum Klangteppich dazuspielen. Besonders die Melodiesaite des Monochords, das Koto, lädt zum einfachen Zupfen ein. Einfach selber frei musizieren. Das erfüllt mit tiefer Freude und bringt unseren Körper und Geist in Einklang. Hörbeispiele meiner selbstgemachten Musik findest du auf meinem YouTube-Kanal Liliane Enssler. Ich danke dir und wünsche dir viel Freude.